Ich bin Saskia Esken, ich bin seit 2013 Bundestagsabgeordnete, arbeite in den Ausschüssen Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und im Ausschuss Digitale Agenda. Die Politik hat vor einigen Jahren, das ist glaube ich jetzt drei Jahre her, eine Anhörung aufgesetzt, und zwar eine gemeinsame Anhörung von KMK und BMBF. Kultusministerkonferenz und Bundesbildungs- und Forschungsministerium. Die haben sich zusammengetan, um herauszufinden, was ist denn eigentlich OER und wozu ist das Nutze und ist es denn überhaupt gewinnbringend, in welcher Zielrichtung, wenn wir in der Bildungspolitik das jetzt anstreben sollen. Und die sind zu sehr positiven Ergebnissen gekommen und in der Folge ist es uns als SPD-Fraktion im Bundestag gelungen, einen Haushaltstitel in den Haushalt des BMBF einzubringen über einen geringen Betrag von zwei Millionen Euro pro Jahr, aber immerhin. Und aus diesem Betrag sind jetzt 2015 zwei interessante Studien zum Thema OER finanziert worden. Einerseits die sogenannte Machbarkeitsstudie, die beim DIPF in Verantwortung lag und dieser Mapping-Prozess, den Wikimedia federführend durchgeführt hat. Und wo eben nochmal ein bisschen tiefergehend auch beleuchtet wurde, welche Handlungsfelder jetzt tatsächlich in Angriff genommen werden müssen, welche Förderung möglicherweise durch die öffentliche Hand sinnvoll wäre, welche Qualitätssicherungskriterien oder Mechanismen möglich wären, welche Geschäftsfelder auch möglich sind, ob man mit OER, die doch kostenlos sein sollen und frei im Zugang, ob man damit auch Geld verdienen kann, welche Mehrwerte generiert werden können und so weiter und so weiter. Also alles sehr, sehr spannende Fragen, aus denen jetzt wiederum auch Förderrichtlinien erarbeitet wurden und ausgeschrieben wurden. Jetzt soll eine zentrale Informationsstelle eingerichtet werden. Es sollen Schulungen für Multiplikatoren finanziert werden, um eben auch den praktischen, didaktischen Einsatz von solchen freien Bildungsmaterialien im Unterricht weiter zu verbreiten in Deutschland. Anders gesagt, die Politik kann und die Politik muss für Rahmenbedingungen, für förderliche Rahmenbedingungen sorgen, um OER in der Fläche erfolgreich zu machen. Denn es ist ja nun nicht so, dass es nicht freie Bildungsmaterialien bereits gäbe. Es gibt eine ganze Menge und es gibt auch nicht wenige Lehrkräfte, die sie einsetzen. Aber so richtig in der Fläche und so richtig in der Breite sind wir damit noch nicht durchgeschlagen. Es ist einfach zu wenig bekannt. Ich glaube, tatsächlich, da gibt es diese Community, die wir hier antreffen. Die ist tatsächlich, doch redet schon seit einigen Jahren miteinander und über das Thema, aber man dringt nicht so richtig nach draußen. Ich denke, es gibt ein großes Vertrauen von Lehrkräften in die konventionellen, bisher üblichen Lehr- und Lernmaterialien, sprich Schulbücher. Ein großes Vertrauen darin, dass die anwendbar sind, dass die richtig sind, dass die qualitätsgeprüft sind, dass da keine Lobby-Einflüsse reingeflossen sind und all diese Dinge, die man eigentlich gerne ausschließen möchte. Und da jetzt ein anderes Renommee für ein anderes System zu entwickeln, das dürfte ein bisschen Arbeit auch bedeuten und auch Zeit- und Vertrauensarbeit auch benötigen. Im Bundestag und allgemein in der Bevölkerung, da will ich, glaube ich, gar keinen großen Unterschied machen. Da ist einfach gegenüber dieser Idee des Teilens und der Offenheit und dass eine geistige Arbeit auch zwar bezahlt werden muss, aber dann in der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, da herrscht so ein gewisses Unverständnis. Wo soll denn da jetzt der Gewinn für den Einzelnen, wo soll der Gewinn für die Gesellschaft drinstecken? Da muss man viel drüber reden. Es gibt ja andere Openness-Themen, die ähnlich mit Fragezeichen versehen werden, wie Open Data, die Verwaltungsdaten sollen offen liegen und wo ist jetzt da der Benefit und darf das dann auch tatsächlich in Geschäftsmodellen verwendet werden? Zweite Frage, woher möglicherweise auch strukturelle Widerstände kommen, die Verlage, die Schulbuchverlage oder andere Produzenten, bisher etablierte Produzenten von Bildungsmaterialien, naja, wenn Geschäftsmodelle infrage gestellt werden durch technologische Entwicklung, durch gesellschaftliche Entwicklung, dann wird man schon immer auch versuchen, diese Geschäftsmodelle erstmal zu beschützen. Das ist nachvollziehbar, wird aber nicht funktionieren. Die gesellschaftliche Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten durch einen Schultrojaner. In den USA hat man gegenüber dem Copyright, das merkt man schon am Begriff, wir haben das Urheberrecht, die haben das Recht zu kopieren. Wir haben einen ganz anderen Bezug zu der Frage Urheberrecht-Copyright. Die Fair Use-Klausel unterstützt sozusagen den Gedanken der Bildung, indem sie besagt, wenn ich es einsetze für einen guten Zweck, für den Zweck der Bildung, für den Zweck der Wissenschaft, dann bin ich von der Beachtung des Urheberrechts befreit, grob gesagt. Und das wäre eine Komplettumkehr unseres Gedankens des Urheberrechts und ich glaube nicht, dass wir da hinkommen werden. Ich denke aber schon, dass wir die Möglichkeit haben, vielleicht nicht im ersten Schritt, der jetzt ansteht, aber vielleicht in einem weiteren, das Urheberrecht so weiterzuentwickeln, dass tatsächlich der Einsatz von geschützten Materialien im Bildungszusammenhang, dass der erleichtert wird, besser ermöglicht wird. Im Moment ist es sehr, sehr schwierig und bremst auch gute Bildungsarbeit. Vielen Dank.